schnell zurück ich habe gerade schon die erste Seite vom Haus verlegt weiße Wolle gerne, wird schon vermehrt deswegen schau dich erst jetzt wieder ein wie weggst das Getreide denn? naja, geht ne? so ich habe dunkle Wolle mitgebracht, äh dunkle das Holz mitgebracht und damit wollten wir das hier füllen so, dann da so, ach ne so, dann so, dann so, dann warte warte ok leichter Fail jetzt hier das war mal unser Keller, nehme ich an schnell wieder weg schnell wieder weg ok äh, sind die Platten, ach ich dachte mir die einfach verschwunden das wäre ein bisschen du reißt du reißt so zack ich kann hier doch hier kann man auch eigentlich Koppel reinhauen, oder? ja sähe das nicht auch aus? ja, das sieht doch einigermaßen gut aus ich muss mich nicht du reißt 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 ähm du reißt du reißt du reißt du reißt So. So, was würde denn hier denn hinkommen, ne? So, normales Holz, okay.